hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute ist es ich hau gegen das mikro nee das ist heute nicht das thema und zwar ist es heute ein etwas anderes thema ich werde über eine person reden aus sso es ist eine sehr nette person ich werde den namen jetzt gleich vorlesen lasst auf jeden fall mal gerne ein abu da so ich kann nicht mehr reden und zwar ist diese person haltet euch fest wenn es jetzt ihr seid dann genießt dieses video einfach es ist nur für sich gedreht worden also wenn du jetzt nicht sso spielen würdest dann könnte ich dieses video nicht machen und zwar ist es anselina anselina oder so ich hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen ich habe diesen namen tausend mal geübt du bist eine sehr nette freundin danke dass du mir geschrieben hast wie das geht dass man sich bewegen kann beim championats ende wahrscheinlich versteht gerade keiner was ich meine aber ich glaube anselina versteht ich grüße ich damit wirklich richtig richtig fest so wie umarm leider geht das jetzt gerade nicht aber ja anselina ich grüße dich herzlich du bist einfach richtig nett in sso dass du einfach mir die sachen erklärst weil ich zu dumm bin doch ich bin dumm egal auf jeden fall anselina für dich gegrüßt und lasst gerne ein abo da und wenn euch das video gefallen hat dann gibt einen daumen nach oben und bis zum nächsten mal und ciao und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal